Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brilli-Royal-Spiel StarCraft II. Mit mir dabei, der gute BS-Royal. Hallo! Hallo! Ist die Einführung einer Zeiten, oder was? Wir, das heißt BS-Royal und ich, wir haben das Training hinter uns gebracht. Nach zwölf harte Folgen reinsten Terrors meinerseits und reinster, ja... Reinstes Versagen meinerseits. Ich wollte es nicht sagen. Auf jeden Fall, ja, wir wollen nicht viel länger trainieren. Wir wollen ja auch irgendwann mal gegen die echten Menschen spielen und sehen, wie wir uns denn schlagen. Ich meine, wenn man verliert, verliert man eben. Es ist scheiße, es tut weh, man möchte heulen, aber man muss durch. Hey, wir haben doch die erste Folge, wo wir gegen Menschen gespielt haben, gewonnen. Ja, gut, das waren aber, ne, das waren so Casual-Gamer. Das ist halt nix, das ist halt nix. Ja, sind wir, wir sind natürlich richtige Pro-Gamer, oder was? Ja, klar, wir sind, wir haben trainiert, ja. Eigentlich haben wir sehr, sehr wenig trainiert. Zumindest du. Viel Alkohol getrunken. Ja, also, wie läuft das jetzt ab? Ähm, ihr fragt euch da jetzt wahrscheinlich, wer, 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 äh, äh, Training, äh, vorbei, äh, was denn, wie jetzt, was, Matchmaking, Mission Platin, was, wo, was, naja, wieso denn jetzt Mission Platin, gegen echte, oder was? Ohohoho, das wird ja spannend. Genau, das fragt ihr euch zurecht. Wir spielen jetzt gegen echte Gegner im Matchmaking. Und, falls ihr das nicht wisst, ähm, man, ähm, im Matchmaking ist es so, dass man, bevor man in eine Liga eingerankt wird, muss man fünf Placement-Matches machen. und diese fünf Placement-Matches geben dann eben Ausschlag darüber, wie gut man ist. Das heißt, da können jetzt Gegner kommen, die können Master sein, da können aber auch Gegner kommen, die sind vielleicht Bronze. Das heißt, man verliert gegen die Master-Leute, gewinnt gegen Bronze und so setzt sich dann aus diesen fünf Placement-Matches zusammen, wo man gerankt wird. Und das machen wir jetzt. Das wird also unser erstes Ziel. Wo, in welcher Liga landen wir eigentlich? Direkt Platin. Einfach Format vorbei. Ja, daran glaube ich, wie gesagt, nicht. Ja, wir sind schon in einer Gruppe. Ich klicke jetzt hier auf Matchmaking und gehe auf Ranked und da sehen wir 2 on 2. Dann musst du gleich wahrscheinlich selber noch deine Rasse ausländern. Hier steht jetzt fünf Matches remaining und ja, wir können auch gerade in die Map-Preferences gucken, aber da wir sowieso eigentlich fast keine Map gut kennen, ist das wahrscheinlich auch erstmal... Egal, welche Maps wir hier so nehmen. Deswegen lassen wir mal alle drin. Wir müssen die auch mal ein bisschen kennenlernen. Ja, und dann würde ich sagen, wir sind im Team. Wir können einfach auf Start klicken und dann geht's los. Siehst du es nicht hier so? Achso, jetzt sehe ich was. Siehst du was? Ja, ich muss jetzt mal eine Rasse auswählen. Ich nehme Terran und akzeptiere. Sehr schön. Waiting for Party. Ja, ob das eine Party wird, das werden wir gleich sehen. Ja, aber echt. Entweder wird es die beste oder die schlechteste Party aller Zeiten. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe jetzt lange nicht mehr Ranked-Matches gespielt. Ich bin echt... Ach, das wird spannend. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt erstmal direkt solche richtigen Pros. Aber gut, was sollen wir machen? Die gleiche Zwölfer-Depot-Sitz in der Rack-Scheiße. Ja, wir müssen jetzt... Also, was wir spielen, wissen wir natürlich noch nicht. Klar, wir sind beide Terra. Aber wir wissen noch nicht, welche Taktik wir fahren werden. Das kommt darauf an, gegen was wir spielen. Und ich werde dann dem guten BS-Royal sagen, wie wir denn dann spielen. Ja, wir sind sehr gut. Das wäre gut, Nils. Das wäre sehr, sehr gut. Da ist das Game. Dartings, Dartings. Ich sehe gar nichts. Jetzt sehe ich was. Wir spielen gegen PTZ und Nikolai. Zweimal Zerg. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall die Choke zumachen. Ja. Weil die uns eventuell einfach raschen werden. Überraschen vor allen Dingen. Raschen. Überraschen. Mit ihren Zerglingen. Wir kennen die Map nicht. Das ist super. Also, wir wissen nicht mal, wo die Choke ist. Die ist... Ich bin auch blau. Gott, wo ist denn hier die Choke? Gibt es hier überhaupt einen Choke? Ja, hier unten, oder? Nee, wir haben jeder eine eigene. Wir haben jeder eine eigene. Meine ist hier und deine ist wahrscheinlich gegenüber. Das heißt, du musst für dich zumachen und ich muss für mich zumachen. Weil vorne ist... Da bin ich ja auch ein großer Experte mit denen zumachen. Ja, das wird wahrscheinlich ein Riesen-Fail. Wir spielen... Wir spielen... Tier 1. Tier 1. Ich weiß ja nicht mehr, was das ist. Ich tue den Scheiß. Wie war das Tier 1? Zehner Depot. Los geht's. Drei Rucks insgesamt. Zehner Depot. Zwölfer Ruck. Ein Gas. Wo nachher nur zwei Leute drin sind im Gas. Wir versuchen, die zu one basen. So wie wir gegen die anderen beiden gewonnen haben. Also, vielleicht zwölfer Ruck kannst du mal. Zwölfer Gas nehmen. Jetzt zwölfer Gas. Boah, ich riech diesen Fail so meilenweit, ey. Ich auch. Aber ich bin eigentlich... Ich hab die Joe gleich zu, immerhin. Ja, wie gesagt, musst du gleich mit dem nächsten Depot. Du baust ja mit dem wieder ein Depot, ne? Das war ja so. Den schicken wir ja nicht zurück, sondern wir bauen das zweite Depot mit dem. Dann adden wir nach und nach die beiden anderen Rucks. Und eigentlich ist die ja ganz einfach die Build Order. Irgendwann musst du einen aus dem Gas holen, den du in die Minerals schickst. Weil das reichen zwei. Du noch STVs weiterpumpen und gleich das zweite Depot. Gut. Erstmal OC gleich, ne? 15er OC. Du kannst dann, wenn du das 15er, den Dings baust du gleich den Reaktor dran, ne? Ja, Joke ist zu und Reaktor dran. So, da kommen nämlich schon die Zerklinge bei mir. Fuck. Ich muss den Reaktor abbrechen. Er kommt auf jeden Fall nicht rein. Ich hab auch erfolgreich meine Joke zu. Upgrade complete. Ich baue jetzt... Achso, hier erstmal Mule. Ja, ja. Und STVs weiterpumpen. Ja, ja. Und dann kommt ja gleich dann irgendwann... Bei dir ist niemand? Bei mir ist niemand. Ich hab meine Joke auch zu. Ich schick mein Typ wieder zurück in die Mineraline. Die kommen jetzt zu dir. Du musst ein paar STVs an die Joke bringen. Nein! Du hast überhaupt nicht zu. Ich hab's grad aufgemacht und meinem Typen... Alter. Das ist doch nicht wahr, Basti. Jetzt machen die hier, gehen die voll ab. Ja, mach mit den SCVs A-Klick. Mit den SCVs A-Klicken. Mach' ich. Alter, hast du jetzt alle SCVs verloren? Du sollst mit denen angreifen, nicht einfach nur rumstehen. Ey, du bist aber auch ein Heini, ey. Ganz ehrlich. Die können angreifen, wenn du die A klickst. Wie kannst du denn gegen so ein paar Zerglinge alle SCVs verlieren? Das geht überhaupt nicht. Okay, Tier 2. Auf geht's. Nix. Du hast überhaupt nichts mehr, ey. Du hast ja nichts mehr. Du, deine S... Deine Soldaten zurück. Soldaten an die Choke. Stell mal die Soldaten alle hier unten rein. Wo meine stehen? Wo meine stehen? Lass sie unten stehen. Wo meine stehen? Na, der ist wieder mit zwei da reingegangen. Okay, dann geh hoch. Ich muss ja mal... Ach so. Jetzt baue ich da jetzt mal wieder ein Depot hin. Nein, du baust jetzt kein Depot dahin. Du baust jetzt SCVs, SCVs, SCVs. Mach ich ja, sowieso. Ja, und dann baust du kein Depot, sondern einen Bunker wegen mir unten hin. Ja, und dann bist du bereit. Add-on, komplett. Was geht's jetzt? SCVs, bereit. Geh' hin. Ja, Sir. Roger. SCVs, bereit. Bauen wir nachher mal eine Ebay. Also wir bauen jetzt nichts mehr irgendwie nach irgendeiner Bildorder, logischerweise. Weil wir ja... Ne? Jetzt brauche ich aber wieder ein Depot. Ja, wenn er eins braucht, brauchst du eins. Soll ich's ja mittlerweile kennen. Bau ne Echse, wenn du irgendwann Geld dafür hast. Damit du mehr schnell SCVs bauen kannst. Kommt er mit an welchen Typen? Ja, ja. Fuck doch die scheiße Perle, Probe. So. Was sind denn unsere Echsen? Meine ist hier, du musst die hier vorne annehmen, theoretisch. Ich habe meine schon längst genommen. Hier vorne, boah, das ist ja voll scheiße. Ja, dann rücken wir halt was vor. Können wir jetzt auch nicht ändern. Der zweite Rack vielleicht. Ja, wir gehen auf Bio. Das heißt, dein Ziel ist es, Medivacs zu bauen später. Wir brauchen auf jeden Fall Medivacs gegen Zerg. Meine Sachen ein bisschen zurück. Ja, da komme ich nicht hin zu der Scheiße. Ich kriege keine... Du baust deine... Deine Dings baust du hier schon mal. Einfach in deiner Base. Du kannst fliegen mit der Nachwehr. Ich denke an Upgrades für deine ganzen Marines. Vor allem in die Upgrades im Ebay. Habe ich am Start. Zweites Gas schonmal, oder? Der Herr hat zweites Gas. Du musst jetzt alles rankriegen. Kein Geld darf überbleiben quasi. Ja, der wartet ja schon in der Choke, der Wichser. Ich werde jetzt mal ein bisschen droppen. Was sind denn die überhaupt? Die sind... Die sind höher, ne? Geht ihr mal dahin. Also wie gesagt... Ziel ist Bio, ne? Das heißt Upgrades... Da bin ich dran. Rax... Deine Ex an den Start kriegen. Ja, können wir mal davor gehen jetzt vielleicht. Mal gucken, was da los ist. Ja, komm. So, den einen droppe ich hier mal ein bisschen. Kannst du mir mal helfen hier? Wobei? An meiner Exe? Sofort. Ich bin hier grad noch am droppen. Was ist denn an deiner Exe? Ja, da ist jetzt der Typ da halt. Ja, warte mal. Wo, 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 wo. Da kommen ganz viele Bane-Linge. Schön splitten. Hit and run. Okay. Egal, lass... Lassen wir sie ruhig probieren. Ja, 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 ja. So, wir haben gewonnen. Mann, Mann, Mann. Warum haben wir gewonnen? Weil ich die fertig gemacht hab. Ey, du kriegst auch nix mit, ey. Was ist los mit dir? Benutzt die mit ihm nicht. Du sagst auch nicht, wie geht irgendwo hin irgendwo los. Nein, ich hab die alleine fertig gemacht. Du bist doch so geil. Ich konzentrier mich hier voll am Starport bauen und so und dann kommt irgendwann Victory. Alter, ey, was ist los? Die waren einfach so richtig, richtig, richtig schlecht. Aber du, du warst noch ein Stück schlechter. Mach dir da sein Depot runter, ey. War doch klar, dass die, wenn die von mir abhauen, zu dir kommen. Die waren Bronze. Alter Schwede, ey. Wer ist royal, ey. Du bist echt... Du warst schlechter als die beiden, ey. Ja. Ich guck mir gerade mal... Ja, also Build Order war ja in Ordnung. Soweit, ne. Ist ja alles soweit richtig gemacht. Hoffe ich. Warte mal. Barracks 12. Refinery 12. Order Commands. Wenn ich dieses scheiß Ding nicht hochgemacht hätte, wäre alles gut gewesen. Oder runtergemacht ins Depot. Ja, aber weißt du denn auch, wie du dann reagierst? Ich habe Marines gebaut, die waren halt noch nicht fertig. Ja, du... Also, ich hatte schon meinen Reaktor im Bau. Den musste ich aber wieder abbrechen, weil ich ja einen Marine brauche. Ich hatte halt... Theoretisch baust du ja erst einen Reaper. Und dann machst du den Reaktor dran. Ich hatte aber keinen Reaper gebaut, sondern direkt den Reaktor dran gemacht. Das heißt, ich musste den Reaktor wieder abbrechen, um dann einen Marine zu bauen. Du musst die ganze Zeit mit deinen SCVs, zumindest mit drei Stücken, musst du gegenheilen, ne? Ja. Deine Gebäude. Weil sonst ist es natürlich GG. Sonst reißen sie die Gebäude trotzdem ein. Das heißt, du nimmst drei aus deiner Mineraline. Ich hatte erstmal Schiss, hab alle genommen. Ähm... Und healst gegen. Dann können die Zerklinge einfach nichts machen. Gar nichts. Sie greifen immer bei deiner Gebäude an, aber du healst ja dagegen. Und du musst dann warten, bis die Marines fertig sind, weil die können ja drüber schießen. Got it? Das heißt, jetzt wo du die alle alleine fertig gemacht hast, kriegen wir richtig schwere Gegner jetzt. Und dann... Ne, keine Ahnung. Das ist random, glaube ich. Ja, das war unser erstes Game, liebe Leute. Das war ja mal wieder... Oh, nein, nein. Okay. Wir hoffen, dass das nächste Game was besser wird. Ja, ich hab die Choke zu. Ich hab die Choke zu. Boom! Ich hab sie wirklich zu. Vor allem... Ich muss jetzt... Nein, das gucken wir jetzt noch. Wir gucken jetzt zusammen das Replay. Ich will nämlich wissen, wie du deine SCVs verloren hast. Ich will das nicht sehen. Das gucken wir uns jetzt noch schnell an. Das kann aber auch nicht sein, ey. Du musst alle anklicken, machst einen Rahmen um deinen ganzen SCV, du klickst einfach A irgendwo hin. Kann doch nicht schwer sein. Achso, ich hab A auf die Zerklinge gedrückt. Ich hab die angegriffen. Ist ein A-Command bedeutet, du kriegst die, sagen wir mal, auf die anderes Ende der Map. Und alles, was denen entgegenkommt, was feindlich ist, greifen die an. Scheißegal, wo du hinklickst. So. Ich mach kurz Pause. Jetzt kommen die Zerklinge an. Siehst du? Bei mir. Ja. So. Weil mein Depot ist ja noch gar nicht fertig. Aber ist ja wurscht. Die können da trotzdem nicht durch, weil es ja im Bau ist. Hä? Ja, ich siehs. So, und jetzt siehst du. Jetzt komm ich da mit meinen Dings und das hätt ich gar nicht machen müssen. Das war voll dumm. Ich hab mein Dings gecancelt. Ich hätte da jetzt die Hälfte, ich hätte nur drei gebraucht quasi. Die anderen hätt ich alle zurückholen können. Das war dumm. Riesenfehler, weil ich jetzt natürlich keine Mineralien sammle. So, jetzt schick ich sie natürlich wieder zurück. So, und du siehst, die heilen jetzt einfach dagegen und die greifen weiter an. Jetzt kommt mein erster Marine raus, der merkt's und haut ab. Ne? Weil er nichts machen kann mit den Zerklinge. Und dann kommt er zu dir. Zack. Offene Tür. So geh ich dann noch ein. Ja, vielleicht mein SCV bin ich grad wieder reingeholt. Da war ich Idiot. Du musst das Dreck wieder hochfahren. Dann macht er dir das kaputt. Du hast also den Reaktor auch durchgebracht wenigstens. Das war gar nicht schlecht. So, und jetzt einfach dir eine Angst der SCV und nach unten A klicken. Irgendwo hin. Unter das Gas. Was weiß ich. Alle annehmen, A klicken und da sind die so schnell tot. Und du sammelst einfach weiter. Da, jetzt hast du A klick gemacht. Jetzt greifen sie auch an. Hättest du das ein bisschen früher gemacht. Jetzt hast du irgendwo wieder hingeklickt. Einfach nur einmal A klicken und die machen lassen. Du hast, das greifen sie alle überhaupt nicht mehr an. Du hast aber alle verloren. Und keinen einzigen hast du kaputt gemacht. Richtig gut. So, jetzt kannst du sehen, was ich gemacht habe. Weil, na gut, das ist jetzt keine Leistung. Aber die waren halt richtig schlecht. Ich spiele es nochmal gerade ein bisschen vorne nach vorne. Wo ist das ungefähr? Wie zieht der jetzt? Weil, er spielt jetzt ganz schnell hier irgendwie. So, jetzt müsste es gleich losgehen. So, da sind wir wieder. Ja, jetzt habe ich eingeladen. Mit zwei Medivacs sind jetzt voll. Die fliegen jetzt hier. Siehst du es? Unten rum. Ja. Ja, und dann habe ich einfach gedroppt. Erst den roten in die Base. Dann den blauen in die Base. Dann hatten sie nichts mehr. Ja, und dann war... Alles Geschichte. Siehst du wenigstens meine Drops? Ja, ich sehe es. Damit du, falls du das auch noch machen musst, auch weiter fehlt. Immer schön die Mineral ein-droppen. Sonst möglich ist, sogar hinter die Minerals. Weil da weniger hinkommt. Ja, und das war's dann. Für die. G. G. Okay, liebe Leute. Damit hätten wir unseren ersten Win eingefahren. Episch. Äh. War auch eine großartige Teamleistung, finde ich. Ja, fand ich auch. Na gut, liebe Leute. Dann sehen wir uns im nächsten Spiel wieder, wenn es wieder heißt. Ähm. BS-Royal. Äh. Brilli-Royal. Spiel StarCraft 2. Bis dahin. Macht's gut, liebe Leute. Wir winken. Jo, bis dann. Ciao. Ciao! . . . Vielen Dank.